Hey Leute, ich bin's wieder, Taxi Borussia. Heute wieder mit dem nächsten Schiffswrack. Ich habe gerade mal geguckt, es ist jetzt um 8 Uhr, da kommt ja immer das neue. Es ist gar nicht mal so weit weg von dem, wo es gestern war. Also auch wieder relativ weit oben an der Küste, fliegen wir schnell hin. Ich habe mir jetzt mal ein Heli geklaut auf meinen Zweitcharakter, weil wenn ich über VIP mache, dann kostet das immer manchmal, wenn ich den Buzzard nehme, 25.000. Ja, fliegen wir mal schnell hin. Sollte eigentlich hier unten sein, genau. Da sehen wir es schon. Ich zeige euch schnell nochmal den Standort. Wie gesagt, wurde hier oben gestern war es hier und heute ist es einmal ein Stückchen weiter runter an dieser Einbuchtung da. Hier gehen wir schnell mal hin. Ich glaube, heute müssten wir das Outfit fertig haben. So, hier ist das Schiffswrack. Da ist die Kiste. Ja, sammeln wir fix ein. Gut, das wird noch nicht angezeigt, aber ich glaube, ich müsste jetzt alles voll haben. Wie gesagt, ich werde noch 1, 2 suchen mit diesem Charakter. Dann werde ich das Geld überweisen, dann den Charakter löschen und einen neuen erstellen, damit er immer up-to-date bleibt. Gut, dann würde ich sagen, die Sonne geht unter. Bei uns ist es früher Morgen. Ich bin erstmal raus. Bis demnächst oder morgen. Macht's gut. Euer Taxibusse. Tschüssi.